Musik Ich hoffe halt, dass ich jetzt wieder hier beginne und auch die letzten Leute wieder von überzeugen kann, dass jeder weiß, von wo ich komme und wo ich hingehöre. Musik Musik Anter, auf Helmets, keine Abseits, Helmets, 27. Minute, 1 zu 0 für den ersten FC Köln. Nicht nur dicke Lippe, Patrick Helmets, auch mit Gleister. Musik Der Kontakt hat eigentlich immer bestanden, nur das Umzusetzen war recht schwer. Und jetzt war der Kontakt vor der Saison über Herrn Jacobs auch schon hergestellt. Jetzt mit dem Schmattel ging es dann wirklich recht zügig die letzten Tage. Und ja, ich habe überlegt, was ich will. Und für mich war dann recht schnell klar, dass ich wieder zurück will. Und von daher freue ich mich einfach auf das Erlebnis jetzt hier. Helmets rückt auf. Gut gemacht von Wolcic. Die Verbindung zum Verein hat immer bestanden und jeder weiß, dass ich von hier komme und liebend gerne für den Verein gespielt habe. Und da war für mich eigentlich recht schnell klar, dass ich jetzt den Weg zurückgehe, weil ich mich einfach hier sehr wohl fühle. Und in der Phase, wo ich bin in meiner Karriere, denke ich, das genau der richtige Schritt ist, wieder Fuß zu fassen richtig. Und der FC hat große Ziele, genauso wie ich persönlich. Und dementsprechend denke ich, passt das für alle gut zusammen. Wir sind in die Bundesliga. Und das mit unserem Club Pop. 9.16. Hope I get a chance to travel the world. I don't have any plan. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Hey. Hey! Es geht wieder los, Jungs. Ja, liebe FC-Fans, ich bin wieder da und ich freue mich riesig, dass ich jetzt wieder für den FC spielen darf und ich hoffe, dass die Sachen von damals vergessen sind, dass es mir eine Chance gibt, neu anzufangen und ich werde alles dafür tun, dass unser FC in die erste Liga kommt.